Wusstest du, dass die Schwanzmeise einem tierreich einzigartiges Nest baut und dass dafür jährlich etwa 4-5 Wochen drauf gehen? Oder wusstest du, dass die Verwandten des Männchens häufig beim Füttern der Brut ihrer Geschwister mithelfen? Welche Gründe das hat und vieles weiteres unnützes Wissen über Schwanzmeisen erfährst du in diesem Video. Außerdem habe ich zum Schluss des Videos noch eine wichtige Ankündigung für den Dezember für dich, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video! Die Zunge der Schwanzmeise hat an der Spitze einen hornigen Fortsatz, an dessen Rand Bündel kleiner, steifer Borsten verteilt sind. Schwanzmeisen haben keinen wirklichen Reviergesang. Selten äußern sie bei starker Erregung, wie zum Beispiel bei Kämpfen mit Artgenossen oder sogar während der Fortpflanzung, einen leisen Subsong, der ein Gemisch aus verschiedenartigen kurzen Trillern und kurzen Erregungslauten sind. Schwanzmeisen bauen ein kompaktes, ovales Nest. Es ist wie ein Ei geformt und verfügt meist über ein Schlupfloch in der oberen Hälfte. Es besteht aus fein verflochtenem Moos, Flechten, Spinnenweben sowie Pflanzenfasern, Federn, Wolle und Haare. Der Nestbau wird von beiden Geschlechtern gleichermaßen vollzogen und dauert meist vier Wochen, bei schlechterem Wetter auch mal fünf bis sogar sechs Wochen. Schwanzmeisen werden aufgrund ihrer Silhouette auch gerne als Bratpfanne bezeichnet. Die Schwanzmeise bevorzugt lichte, bodenfeuchte Wälder mit reichlich Unterholz sowie aufgelockerte, reichstrukturierte Waldränder. Damit sind sie häufig in Auwäldern und feuchten Laubmischwäldern sowie Sumpfniederungen zu beobachten. Aber auch Gärten, Obstwiesen, Friedhöfe und Parks werden immer wieder besiedelt. In den Siedlungen selbst sind Schwanzmeisen übrigens als Brutvögel eher selten, weil unter anderem Flechten als Baumaterial fürs Nest eher selten sind und weil der Feindruck vor allem durch Rabenvögel zu groß ist. Die Paarbildung und Balz der Schwanzmeise beginnt bereits in den ersten warmen Wintertagen, in der zweiten Januarhälfte oder im Februar. Die Beine und Flügel der Schwanzmeise sind in Relation zum Körpergewicht länger als bei Kohl- und Blaumeisen. Dadurch entstehen günstige Hebel für die Schwanzmeisen. Durch die Verlagerung des Körperschwerpunktes Richtung Beinansatz und den langen Schwanz als Balancierinstrument wird das Manövrieren, Turnen und Hängen in den äußersten Zweigspitzen vereinfacht. Anders als die echten Meisen können Schwanzmeisen auch hängend direkt aus der Kralle fressen. Kohl, Blau und die anderen echten Meisen benötigen zum Fressen meist eine Unterlage. Die meisten Vögel haben eine sehr genaue Vorstellung davon, wo sie ihr Nest bauen wollen. Rotkirchen beispielsweise brüten sehr gerne bodennah, verschiedene Finken aber eher in höheren Baumkronen, in stammnahen Verzweigungen. Schwanzmeisen hingegen sind relativ flexibel bei der Standortwahl ihres Nestes. Man findet sie bodennah, aber auch viele Meter über dem Boden, in Hecken gleichermaßen wie in Bäumen. Schwanzmeisen sind je nach Mittelgebirge nur bis etwa 1000 Höhenmetern über Null als Brutvögel zu finden. Im Erzgebirge sind sie bis etwa 700 Höhenmeter, in Hessen und Thüringen teilweise sogar nur bis 550 Meter über Null als Brutvögel anzutreffen. Herumstreifende Trupps im Winter gehen allerdings auch deutlich höher. Im Wallis wurden auch schon Schwanzmeisentrupps in 2200 Höhenmetern beobachtet. Schwanzmeisen haben bei der Fütterung ihrer Jungvögel ein sehr spannendes Verhalten entwickelt. Neben den beiden Elternvögeln werden die Nestlinge manchmal von weiteren Altvögeln gefüttert. Vermutlich sind die Helfer verwandte Schwanzmeisen des Männchens. Durch die Hilfe der anderen Altvögel ist es möglich, dass größere Bruten mit bis zu 12 Jungvögeln gleichzeitig großgezogen werden können. Die helfenden Altvögel sind vermutlich Verwandte des Männchen, dessen Brutversuch allerdings gescheitert sind. Die Schwanzmeise ist ein Vogel, dessen Bestände stark unter kalten, schneereichen Wintern leiden. Gerade im Norden kommt es dann zu großflächigen Evasionen, sodass alle Schwanzmeisen Richtung Süden oder Südwesten ziehen. Aber auch dann kommt es häufiger mal zu massiven Bestandseinbrüchen, die jedoch relativ schnell wieder ausgeglichen werden können. In Einzelfällen brüten Schwanzmeisen nicht nur in ihrem typischen ovalförmigen Nest, sondern auch in Nistkästen oder sogar Baumhöhlen. Dieses Video war der Auftakt des ornithologischen Adventskalenders. Denn es gibt im Dezember diesen Jahres auf meinem Kanal Ornithologie für Anfänger 24 Videos. Vom 1. bis zum 24. jeden Tag ein neues Video. Dabei bleiben Dienstag und Samstag die ganz normalen Tage mit aufwendigeren Videos. Zum Beispiel habe ich noch einen Tarnzeltvergleich für euch dieses Jahr vorbereitet. Es gibt wieder weiteres unnützes Wissen, aber auch noch viele, viele Videos mehr. Denn unter der Woche, also Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und auch am Sonntag, gibt es ein zusätzliches Video. Den ganzen Dezember über, beziehungsweise bis zum 24. Nämlich spiele ich mit euch Computer Birding. Ich stelle euch nützliche Websites vor. Von CR Birding, also wie man Ringe abliest und meldet. Über E-Bird bis hin zu Xenocanto. Da ist einiges Nützliches dabei. Ich gehe mit euch gemeinsam Vögel fotografieren. Habe da schon das ein oder andere Video aufgenommen. Außerdem gibt es Bestimmungstipps und zwei Videos über den Vogel des Jahres. Wie die Wahl abläuft, wer es dieses Jahr geworden ist. Und ein Steckbrief über den Vogel des Jahres. Dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall, jeden Tag auf meinem Kanal vorbeizuschauen. Drückt deshalb gerne die Glocke. Jeden Tag um 18 Uhr wird es ein neues Video geben. Ich hoffe, ihr seid genauso erfreut wie ich über diesen Monat. Und ich hoffe, das ein oder andere Video für euch ist dabei. Dementsprechend stellt euch die Glocke, stellt euch den Wecker. Morgen 18 Uhr geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.